Kommen wir zur betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Exporten. Die Ausgangssituation soll die folgende sein. Wir haben eine Ausgangsrechnung in die USA, das heißt Amerikaner haben bei uns eingekauft. In unserem Falle über 250.000 US-Dollar. Und der Devisenbriefkurs beträgt 1,18. Ich möchte an dieser Stelle eins deutlich machen. Normalerweise könnten wir ja sagen, wenn die Amerikaner bei uns in der Bundesrepublik einkaufen, dann mögen sie doch bitte in Euro zahlen und selbst das Währungsrisiko tragen. Häufig ist es allerdings so, dass insbesondere beim Export die Gesamtabrechnung auf Dollarbasis erfolgt. Das heißt also, wir in diesem Zusammenhang tatsächlich auch das Wechselkursrisiko tragen und genau dieser Hintergrund soll in diesem Beispiel beschrieben werden. Das bedeutet also, dass wir aufgrund dieser Ausgangssituation nun eine kleine Nebenrechnung durchführen müssen. Wir müssen nämlich den Rechnungsbetrag ins Verhältnis setzen und umrechnen auf Euro. Das wären 295.000 Euro Warenwert. Das zieht dann anschließend für uns die folgende Verkaufsbuchung nach sich. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, ich habe es bereits in einem anderen Film getan, dass nämlich die Exporte vom Grundsatz her gemäß Umsatzsteuergesetz von der Umsatzsteuer befreit sind. Kommen wir nun zu dem Zeitpunkt der Zahlung und da haben wir ein erstes Beispiel, nämlich eine Alternative A. Der Kurs sei gestiegen auf 1,30 Euro. Das bedeutet für uns eine kleine Nebenrechnung. Wir haben nämlich einen neuen Verkaufspreis aufgrund des gestiegenen Kurses über 325.000 Euro. Gebucht haben wir diesen Verkauf von 295.000 Euro, sodass wir also nunmehr einen Ertrag aus dem gestiegenen Kurs, also aus der Kursdifferenz haben in Höhe von 30.000 Euro. Das zieht für uns den Buchungssatz beim Zahlungsvorgang nach sich. Bank an Erträge aus Kursdifferenzen und Forderungen. Natürlich sind hiermit zu berücksichtigen anschließend die Kosten des Geldverkehrs, die uns die Bank in Rechnung stellt. In der Summe also haben wir durch den gestiegenen Kurs, also die für uns positive Kursdifferenz, einen Gewinn in Höhe von zusätzlich 30.000 Euro. Hinsichtlich des Zahlungsvorgangs kann es natürlich auch eine Alternative B geben, die da lautet, dass der Kurs gesunken ist. Von 1,18 Euro auf 1 Euro. Entschuldigung. Von 1,18 Euro auf 1 Euro. Und es bedeutet also, dass der Dollar Pari steht zum Euro. Wiederum ist eine Nebenrechnung notwendig. Der neue Verkaufspreis beträgt 250.000 Euro, der gebuchte Verkaufspreis 295.000 Euro, sodass wir also einen Aufwand aus Kursdifferenzen von 45.000 Euro zu verzeichnen haben. Das zieht dem Buchungssatz nach sich, Bank, Aufwendung aus Kursdifferenzen an Forderungen. Und selbstverständlich natürlich die Inrechnungsstellung der Kosten des Geldverkehrs durch die Bank, in unserem Falle in Höhe von 2.000 Euro. Das bedeutet also, dass wir hier einen Verlust aus Kursdifferenzen in Höhe von 45.000 Euro haben. Zusammengefasst muss demzufolge festgestellt werden. Beim Export ist der Kurs von 1,18 Euro auf 1,30 Euro gestiegen, habe ich einen Gewinn aus Kursdifferenzen in Höhe von 30.000 Euro. Ist der Kurs gesunken, habe ich in unseren Beispielen einen Verlust von 45.000 Euro aus den Kursdifferenzen. Im Import, immer unter der Voraussetzung, dass tatsächlich die im Vertrag, im Handelsvertrag zugrunde gelegte Währung, in unserem Falle der Dollar ist, habe ich das Problem, wenn der Kurs gestiegen ist, dass ich einen Verlust aus Kursdifferenzen habe. Und wenn der Kurs gesunken ist, habe ich offensichtlich einen Gewinn aus Kursdifferenzen. Das bedeutet also in der Gesamtbetrachtung, steigende Devisenkurse fördern den Export und schaden dem Import. Stabile Wechselkurse sind von daher wünschenswert, denn sie stabilisieren den Welthandel. Zeigende Gr восп respeit imagine wird, dass ja���en teilweise das Kursdifferen sind. Vielen Dank.